Wir besuchten die Glühweinmeile am 29.11.2019 in Pösnig. Wer sagt, in Pösnig ist nichts los, der erlebt heute wieder mal das Gegenteil. Die Straßen waren sowohl mit Einheimischen, sowie aus dem Umkreis gekommenen Besuchern sehr gut besucht. Die Glühweinmeile findet heute das vierte Mal statt. Die Pösnäcker nehmen diese Veranstaltung von Jahr zu Jahr mehr an. Es gibt 30 Stände unterschiedlichster Art. Es werden über 20 Sorten Glühweine ausgeschenkt, da sollte für jeden was dabei sein. Auch Kinderpunsch ist sehr gefragt. Hungrig musste auch keiner nach Hause gehen. Es gab für jeden Geschmack etwas, ob jung oder alt, ob vegetarisch oder eine Thüringer Bratwurst. Und dann war es auch ein bisschen, wie es war. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist ein bisschen Spaß. Ein. Ein. Nein, noch mal. Nein, noch mal. Nein, ja. 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 Hey, liebe Beine in Pöstik, die Gruppenreuter sind da. Nun müssen wir wieder ein Jahr warten auf dieses schöne Event.